Hallo und willkommen zu einer kleinen Runde Hunger Games hier in Minecraft und ich bin nicht ganz alleine, sondern der Typ, der daran schuld ist, dass ich in Minecraft spiele, ist der Typ da drüben. Das ist der Max oder auch Master LP. Okay. Genau. Den kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht, ist vollkommen neu hier auf dem Channel. Sag Hallo Zuschauer. Hast du den YouTube-Channel? Ja. Was ist das? Kann man das essen? Ja, aber nur mit Salz und Pfeffer, ansonsten ist das echt ungenießlich. Also ich stehe persönlich sehr auf dem Maggi Meisterklasse. Okay, in 10 Sekunden geht's irgendwas los. Ja, ihr findet mich wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Genauso auch Hallo an meine Zuschauer. Ne, nicht mit der Videobeschreibung. Aber mal gucke, guckemursch, mein Chef schreibt. So, jetzt erstmal den Willen gehen in die Kisten, du. Leute, ich brenne. Ich bin gleich ein Bogen. Warum brenne ich? Du fiffst! Ich brenne! Hilfe! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Ich habe zum Glück einen Schaden gekriegt, das wäre jetzt ein bisschen peinlich geworden. Okay, ich habe mir gerade mal meinen Bogen verzaubert. Ja, verzaubernd. Bist du? Achso, scheiße, wir wollten ja zusammenlaufen. Ah, fail. Äh. Dam, dam, dam. Leute, ich brenne auch. Hammer. Alter, warum sind hier manche Kisten leer? Die auf den höchsten Berg, als es hier gibt. Okay, ich glaube, ich werde gleich was sagen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich habe nur einen Bogen und hinter mir läuft einer mit einem Holzschwert. Also ich müsste den Typ... Renn. Tja, ich habe auch keine Waffe. Ich habe nur einen Bogen ohne Pfeiler. Ich habe nur einen Bogen ohne Pfeiler. Wobei, Hunger Games ohne Waffe lang. Warte, ich komme mir nicht hoch. Hammer. Vor allem, ich habe noch nie wirklich viele Hunger Games gespielt, außer eben bei diesen Community Battles, aber ansonsten. Ja, und eben das Ganze hier aus seiner Sicht, dann einfach mal unten da den obersten Link in der Videobeschreibung, werde ich einfach mal reinpacken. Wir müssen uns mal ein Termin ausmachen, dass wir das hier möglichst gleichzeitig hochladen. Ja, genau. Falls hier jemand Inkompetentes auch sehen, also ja, ne, hier, falls ich die Inkompetente an sich sehen wollte von Hunger Games Runde, dann könnt ihr sehr gerne bei mir mal gucken. Denn ich kann echt den Berg nicht hoch. Das ist krass, wenn man auf der Seite hat, als irgendwie so eine Treppe oder sowas. Ich queere mich wie ein Abrundkletter an der Seite hoch, weißt du. Sag mal, aber gibt es ja echt leere Kisten, die können doch nicht alle schon leergeräumt sein hier. Ne, du kannst, du musst manchmal aufgeben. Das wird dir manchmal beim ersten Mal angezeigt, das ist ein bisschen doof, aber, ja. Ist halt so, oder? Wow, jetzt bin ich tot, ich bin tot. Lauf Bitch! Ich bin tot. Wo kam der denn her? Ja, der kann wahrscheinlich aus dem Wunder ran. Ich hatte aber keine Waffe. Herr Fell. Ich glaube, ich komme nicht mehr hoch. Ja gut, Mensch, das war ja eine sehr lange Runde hier. Nicht mal drei Minuten, ey, das toppt das mal, ja. Okay, ich würde sagen, dann mache ich hier einfach mal einen kurzen Schnitt. Also soll ich einfach weiter aufnehmen und dann, keine Ahnung, nehmen wir einfach die nächste Runde wieder auf? Ja, ja, du nimmst jetzt weiter zu Ende auf und dann, lol. Aber weil ich ja jetzt hier eben schon stehe. Nein! Alter! Gut, also von mir dann hier mal kurzen Schnitt. Und wir nehmen dann hier noch, naja, ein bisschen länger noch auf, ein paar mehr Runden. Vielleicht stelle ich mich das nächste Mal ein bisschen besser an und finde vielleicht doch... Ich denke, man schadest das eh dann den Anschluss einfach rein, oder? Also die Folge mache ich jetzt nicht bloß drei Minuten lang. Okay, gut, dann bis gleich. So, neue Runde ist wieder am Start. Diesmal hoffentlich etwas besser. Wir sind auf einer neuen Map. Der, ähm, Max, der ist hier zwei rechts von mir. Hey, passt auf die Feind drauf. Bitte was? Passt auf die Feind drauf. Äh, ja. Hey, da kannst du ja ranzoomen. Oh ja. Okay, ne, alles klar. Ähm, wir haben uns grad schon einen kleinen Plan geschmiedet. Und zwar erstmal in die Mitte rennen. Dort und das Zeugsnacken und dann halt irgendwo hinrennen. Ich meine, über den, guck mal da, äh, links von dir so ein bisschen. Links von dir, da wo ich hingucke. Guck mal, da ist doch so ein, das ist so ein so geiles Jumping jetzt, ne? Was ist da drüber gehen? Äh, da kann man doch so drüber jumpen über diese Säune da, oder was auch immer in der Luft schwebt dann, ne? Zwischen diesen zwei Bergen. Das wär doch... Ich weiß gar nicht, wo du bist, aber okay. Guck mal, ich dich, ich spring doch hier, ne? Ja. Weil nicht, wenn ich da, wo ich jetzt rüberkomme, dann alles... Also, wo siehst du das auf wenigen Freunden, ich weiß gar nicht. Ach, da hinten? Ja, ganz, da hinten, ganz da oben, da kannst du doch rüberspringen, mit dem einen Berg zum anderen. Das sieht so aus wie eine Aufgabe für uns. Ne, da fähle ich doch bestimmt. Okay, jetzt geht los. Oh, machen wir geil. Oh, 20 Sekunden. Ja, in welcher Richtung wollen wir dann rennen? Na, hinter dir, weiß ich nicht, vor dir? Ich würde hinter dir sagen, ne? Ist da was hinter dir? Geht's da weiter? Ja, da geht's überall weiter, in der Mitte hier. Ja, okay, dann rennen wir dahin, wo ich gerade, äh, hinter mir so stehe. Weißt du Bescheid. Wie hieß du Bescheid? Alles klar. Edmund, good luck! So, ich hab gleich meinen golden Receptor hier. Alter, ich hab 28 EP-Flaschen gefunden. Oh mein Gott, das ist natürlich nice. Da gibt's noch fünf Lärmlich, du grad mal meinen golden Swerd verzaubern. Mit Sharpenes Eid, das ist natürlich nice. So, wo bist du? Du bist schon nach hinten gerannt? Okay, hey. Gut, dann komm mit mir. Ich steig auch mal hier mit zu dir, dann komm ich auch ein bisschen mal. So, wo ist denn die Verzauber-Dings hier? Da. In der Mitte. Wir sollten zwar bei allen, weil ich glaub, in der Mitte stehen noch ein paar. Und, ja. Okay, welche? Ich kann dir die Pfeile erst, ich kann dir drei begeben. Lauf, was? Hast du Pfeile? Äh, ja, aber ich hab keinen Bogen. Ja, ich hab dir mal einen Bogen geschmissen. Auf den Weg. Wenn du nicht mehr rennst. Aber ich hab jetzt kein Essen. Einfach mal drin lassen. Guck mal, hier ist noch eine Kiste. Das ist natürlich auch nice. Weil die ist leer. Okay, alles klar, ist schon in die Richtung gelaufen. Lass einfach mal... Guck mal, da oben kann man reingehen. Siehst du das da oben? Diesen Redstone-Fucker. Dann gehen wir jetzt einfach mal hin. Und da oben steht auch einer. Guck mal, den können wir snacken. Der hat eine Diamant-Rüstung. Alter, hast du auch eine Nahkampfwaffe? Ja, ja. Ich weiß auch was. Mit einem Holzschwert. Wollen wir nicht snacken? Ich hab jetzt weggerannt. Okay. Warte mal... Steck mal dein Schwert weg. Zieh das mal erst, wenn ein Gegner kommt. Damit die erstmal zu uns kommen. Ritter und zu seiner. Snacken? Zieh das Ritter. Komm, den holen wir uns. Die rennen alle weg. Lass dich mal holen. Komm, der hat nichts. Der hat nur ein Holzschwert. Ja, wo? Alter, lol. Ich hab ein Eisenschwert gefunden. Der ist down. Der hat ein Holzschwert dabei. Noch ein bisschen Schnickschnack. Ich hab ein Eisenschwert. Hammer, geil. Okay, komm mal schnell runter. Komm mal schnell runter. Dies. Guck mal, hier geht es weiter. Wollen wir das sagen? Oh, lol. Ich weiß halt nicht. Guck mal, wenn du hier drauf willst, was passiert dann? Nix. Wollen wir einfach durchrennen? Lauf mal vor. Okay. Ja, ich weiß. Okay, ich hab jetzt noch 19 EP-Flaschen gekriegt und noch einen zweiten Bogen. Okay, alles d'accord. Da geht man in dieses Ding da rein. Geben wir mal da rein. Da kann man da eine Sprache finden oder sowas. Stimmt, auf der Moment hab ich auch mit einem anderen Tipp. Und da ist dann der Server gerade runtergefahren worden. Aber wir wurden eh verfreulgt. Ich hoffe, der hier, der Max hat auch eine ordentliche Lautstärke. Nieder dir, nieder dir, nieder dir kommt auch gerade einer rein. Oder gleich. Was du? Ist ein, ist ein Holzschwert mit Sharpness 2 besser als ein Eisenschwert? Ne. Guck mal, da steht doch einer da hinten. Hm? Ich seh dich doch ganz genau. Minecraft-Gundalp oder irgend sowas. Da komm, die können hier jetzt zwei wechseln. Hier, komm, komm wieder raus und dann gehen wir mal irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, wie sieht die ausgelöst? Du hast einen Eisenschwert. Alter, warte mal. Hier wird das ganz schön laut, ne? Komm, 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 links von dir ist einer. Wollen wir uns ihn holen? Gerne. Go. Lauf Schampe, lauf! Haha! Komm her, du kleine Nutte. Oh mein Gott. Fail. Alter! Ja, wir rennen dem jetzt einfach hinterher, komm. Wir haben ja sonst eh nichts zu tun. Ähm. Da ist nämlich noch einer. Wenn der jetzt... Oh mein Gott. Seid mir aber bestellt, wenn irgendwo woanders einer kommt. Ich lauf eh hinter dir. Okay, der ist tot. Einmal geil. Hammergeil. Warte, pass auf. Ich hab 48 EP-Flaschen, hammergeil. Ja, willst du mir da auch ein paar von geben, weil dann kann ich nämlich... Aber haben wir irgendwo ein Sharding-Ding, Eva? Keine Ahnung, aber wenn du behältst ja die XP, wenn du... Ach, stimmt. Es ist nämlich ganz geil. Ich stell dir einfach mal hier, guck zu dir, dann kann ich... Ah, schnell, bevor jemand kommt, guck, ob jemand kommt! Ja, ich bin... So, Rang 15, hammergeil, eh. Level 9. Hast du irgendwie noch Rüstung für mich zufällig? Ja, hier. Warte mal, ich hab noch ein Dings und ein paar Schuhe hab ich nur für dich. Hammerfett, dankeschön. Tanks. Okay, alles. Dann... Guck mal, ob hier irgendwas ist. Guck mal, hier kannst du schön hochschumpen. Oh mein Gott, hier sind ein paar Kisten. Alter, wie geil ist denn... Diamant just plate. Wie geil. Hast du noch eine Brustplatte für mich übrig? Hast du eine Brust für dich übrig? Ne, ich hab... Ich glaub, ich hab halt meine... Ich hab halt ja... Was? Das, was du mir gerade gegeben hast. Achso, ja genau. Äh Leute, das hab ich gar nicht angezogen. Guck mal wieder ohne Hosen rum, mir das ist auch ganz schön. Also so wie immer. Ja, das ist Stand bei mir eigentlich. Also auch privat und auch in der Schule. Egal, ähm... Dann gehen wir mal hier runter kurz und mal gucken. Alles klar. Wo gehen wir hin? Ich weiß nicht. Wollen wir da hochgehen? Sieht irgendwie cool aus da rum. Oder? Kannste hochchumpen. Auf diesen... Ich jump voll gern. Komm, lass uns da hochgehen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Meine Adelaugen haben eine Kiste gesichtet. Mit Inhalt von nichts. Hammer. Okay, gut. Oh mein Gott. Ich fail halt gleich beim ersten Sprung. Das ist voll toll. Ich hab immer Schiss bei sowas runter zu fallen. Hast du eigentlich Essen genug dabei? Ähm... Naja, erstmal recht. Soviel hab ich nicht. Ich... Ich hab zwei Äpfel. Eins Steak eingebraten muss. Hat er gesagt noch mehr da in einem Spring? Äh, okay. Ja, ich hab jetzt auch noch... Hier ist auch noch ein Fleisch dabei. Ehrlich? Es lohnt sich, glaub ich kann nicht die Treppen zu laufen. Ich muss einfach den Berg hier hochgehen, oder? Ach wohl, das ist denn hier. Ha, hab dich mal dick überholt, ich gehört. Ja. Hier ist noch ne Kiste. Ich weiß nicht, ob jemand sich die Mühe macht, hier so hochzulaufen. Als ob wir die einzigen sind, die bis jetzt hier hochgelaufen sind. Ich glaub, da ist schon jemand, äh, mal... Okay, noch ein paar XP-Flaschen. Brauchst du noch nen Helm? Einen Helm? Ich hab nen Eisenhelm. Okay, ich hab nen Lederhelm. Da unten ist ja... Oh, Alter, alter Verwalter. Weg mich am Sack. Muss aufpassen hier. Muss echt aufpassen wie Schmitz Kaste, ey. Wow. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Nein! Nein! Lol. Kommst du wieder hoch? Ich bin runtergefallen. Also nicht ganz, aber... Alter Scheiße, ich glaub... Nee, ich glaub ich komm von hier nicht mehr da hoch. Alter, wie gay ist das denn jetzt bitte? Da kommt einer gerade... Da will einer auch da hochlaufen, glaub ich. Der ist aber gerade unten am... Am Fuß des Dingens ist da. Okay, ich... Ich versuche wieder hochzukommen. Ich muss eigentlich ein bisschen zurückgehen. Okay, da läuft er auch gerade hoch. Alter, ist das jetzt echt tricky. Hoffentlich hat er keinen Bogen dabei. Sonst bin ich jetzt am Sack. Wo bist du gerade? Bist du schon oben? Shit! Hab ich die Äpfel? Ja. Boah, hier ist äh... Lava-Falle. Alter, da war ich gestern auch drin. Zwei goldene Äpfel regenerieren doch Leben, oder? Ja. Golden Äpfel regenerieren... Äh... Alter. Regenerieren Leben... Äh... Und Hunger. Also... Das ist ganz geil. Ja, alles klar. Ich bin jetzt auch oben. Okay, cool. Alter, ohne Witz. Das ist echt kranker Shit. Vor allem, wenn man so weit oben ist und die ganzen Chunks nachladen muss, dann hab ich nur 720 FPS. Dann ruckelt es mir ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen Öff. Hast du eigentlich einen guten Rechner vom Aufnehmen her? Äh... So, warte mal. Kann man nicht hier rüber irgendwie... Voll die schlechte Idee, hier hochzugehen, oder? Warte, warte, kann man vielleicht mal eine andere Zeit... Okay, guck mal, da hinten ist ein Name. Siehst du den? Hat das runtergefallen. Kann man nicht hier irgendwie auf den Berg da noch hoch? Da gibt's aber schon irgendwas Geiles, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Und am Spawn so zwei. Ich hab noch XP-Flaschen. Ne, drei sogar. Wenn du willst, lass mich kurz neben mich stellen. Achso. Das ist ja auch voll praktisch, dann kann man die XP ein bisschen aufteilen. So. Weißt du den Devil? Mal geil. Nicht 21, also von mir aus können wir auch mal runter, aber da sind so viele immer. Ja. Ja, Problem ist halt, ja... Okay, da ist einer, dann snacken wir den. Ich hab' ich Falte. Also der ist ein bisschen weiter weg. Aber... Der hat doch immer nach... So, sowas, aber wenn wir den... Ähm, wenn wir den aber zweit angreifen... Wo ist der? Kennt mir den auf jeden Fall. Ich weiß grad, ehrlich gesagt, der wacht hat irgendeine Arme. Guck mal, der ist da unten, der läuft, der hat einen Diamantkopf. Also... Mein Gott, Alter! Wow. Hast du mich grade geschlagen? Fick dich, fick dich, ich nenne da ist jemand hinter uns. Der ist tot. Alter, ist das ne Fickschlampe, ey. Alter, kommt der da von hinten? Hinten hat mich runtergebasht. Bist du tot? Hallo? Scheiße. Boah, ich hab' den auch nicht gesehen. Fuck. Alter, was hat denn der da dabei gehabt, ey? Übertreib' mal nicht, Junge. Nimm noch mehr Schwerter. Was hat er dabei? Äh, irgendwie fünf Schwerter, irgendwie drei Holz, ein... Zwei Goldschwerter, ein paar Melonen... Ähm... Und dann, na, wenn der bei ihm zu schauen, dann bleibt leichtes ja ich aus. Ich vorhin sind länger als er ein bisschen länger, dann haben wir... Achso, und der hatte Diamantkopf Hosen, das auch geil. Fertig, ich hatte ja eine... Ich hatte den dann Brustpanzer, also ich bin da runtergefallen, also kannst du den nehmen. Achso, hast du... Ey, da hättest du ja eine komplette... Äh, da hättest du ja eine komplette Ding. Komplette Diamantrüstung. Ne, ne, nicht ganz, ne. Egal, äh, auf jeden Fall, äh, ja, ne, ihr wisst ja Bescheid, bis gleich. Hm. Okay, ähm... Hammer. Dicke Failed. Ich trau mich hier vor allem nicht runter. Kannst du mir sagen, wie viele hier noch drauf sind? Äh, du kannst Slash SG List machen. Also, SG, äh, Schräg, äh, Leerzeichen List und dann, äh, siehst du die Namen. Und dann, ja, die sind noch alle bei dir drin. Aber ich glaub drei, drei noch. Ja, Felix, 8, 8, 1, 8, Killed, Leon, Neger, äh, Neckbär, hm. Mit Iron, Sir. Drei Player? Oh, lol, so wenig nur noch. Lol, hier ist eben was explodiert. Lol, was ist denn hier, was kann denn hier explodieren? Ja, wie die alle werben, machen für YouTube-Channels. Was? Was für ein krasser Schädel, ey, Leckner Marsch. Boah, ich hab voll Schiss gerade, ey, es gibt's doch nicht. Meine Fresse. Ich hab 21 Level, ich würde gern noch das Eisenschwert noch mal verzaubern. Boah, jetzt bin ich gerade noch auf dem Berg hier drauf. Ey, ich hätt alle Totoro der Huhn, Mama. Ja. Oh mein Gott. Und du hast ja auch ehrlich gesagt gerade keinen mehr. Sag mal, du kennst doch unser Intro, ne? Ähm, ja. Äh, wie findest du das? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr von, ihr habt, ihr habt nur ein Intro, ja? Ja, ich hab also, äh, ja, ich hab einmal, ähm, ähm, hier, ne? Unser Haupt-Intro halt einfach für die Videos normalen und einmal hab ich mir noch ein extra Intro erstellen lassen für mein Risen Let's Play. Alter, wie viel Crap ich jetzt schon habe. Ja, also das, das Wissen, das kenn ich auf jeden Fall, was, äh, Kedos da gesprochen hat. Ja, das hat Kedos gemacht, das ist voll geil, aber, ähm, ja. Naja, so von der Aufmachung her, ich weiß nicht, ist, mit was habt ihr das gemacht? Was, das Intro oder wie? Mhm. Also das Intro hat für mich halt ein Kumpel gemacht und dann hat halt Kedos noch gesprochen. Okay. Also ich hab da nicht wirklich, ich hab halt das zusammengestellt und auch die Stimme da rein und so, ne? Aber... Facecam wär lustig, ja. Facecam by Risen, das ist bestimmt übel toll. Das ist... Ja. Ja, das wär voll spannend. Das wär bestimmt übel interessant, ich sitze, ja, ja. Nämlich jetzt einer von hinten? Nee, aber gar nicht Facecam, das war eh viel zu viel Arbeit, ich, 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 das wär voll, ist eh voll hart irgendwie. In letzter Zeit, ich bin so überfordert vom, vom, vom Rendern und Hochladen, das ist voll krass. Alter, gib mir noch mehr Sachen, ist genau, mein Inventar ist fast voll. Ja, schmeiß einfach Holzscheiße raus. Geht sterben, ihr Opfers. Kann das sein, dass es jetzt ständig, ständig donnert, ohne dass jemand stirbt? Ich glaub, ja, war. Ist ja mal gestoppt. Ja, voll spannend und so. Alter, was will der eigentlich? Er nervt mich daran voll überhaupt. Also ich glaub, ich geh jetzt nochmal irgendwie kurz auf den Back da drüben hin. Und danach... Danach geh ich runter zum Spawn, verzaubern mit dem Schwert, vielleicht zieht mich dann unten jemand und kommt runter. Du musst die alle weghauen willst du, du hast, du gehst bestimmt... Du hast doch noch ein Eisenschwert, ne? Zwei Eisenschwerter sogar jetzt. Die kannst du... Hast du die schon beide zaubert, oder? Ne, ne, noch hab ich keinen Enchanting-Table gefunden. Ja, dann geh mal schnell runter. Ja, wollte ich ja gerade machen. Hab ich... Hab ich dann gesagt. Ich wollte nur mal kurz hier... Weil, weil, weil du musst die alle wegkauen. Das ist... Das ist mein Wunsch an dich. Alter, wie hier immer noch was drin ist in den Küsten. Ich sehe aber auch keinen Würstchen mehr rumspringen. Ja, das ist, äh, manchmal echt verzweckt. Manchmal... Ich hab meine nächste Hunger-Games-Runde war mal 40 Minuten, ey. Das war voll krank. Das war aber zwar auch ne größere Map, aber trotzdem. Du findest aber manchmal gar keinen. Das ist echt... Ja. Gibt schon nervige Leute, das ist echt kranker Shit. Boah. Hm. Hardcore in dein Gesicht drinnen, nein. Dam, 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 dam. Ach, komm. Ich geh jetzt runter zum Sporn. Geh mir ja. Ja, das ist echt, wenn nichts passiert, das ist echt ein bisschen doof. Vor allem das Problem ist einfach, ähm, auch wenn es bisschen ruhiger ist bei dir in der Aufnahme, weil, ja, ich bin ja nicht mehr nur mit drin, ich weiß nicht, was ist euch dir jetzt groß noch erzählen und so. Und ich selber kann auch nicht so viel erzählen, weil ich bin, ey, wie angespannt ich bin. Ich weiß doch bestimmt irgendjemand, und der hat sich ne Teantikanone gebaut oder so. Ich weiß es. Auch wenn's hier sowas gar nicht gibt, aber... Doch, da ist jemand. Hm. Alter, was sind das für Bobs? Warte mal, da ist das, ich seh grad die... Die beiden haben fast ne Kompli... Die spielen zusammen! Alter, fickt euch ins Knie! Alter, ihr seid so Lappen, ey! Was ist dat denn? Zwei Typen... Zwei Typen mit fast voller Diamantrüstung stehen unten am Spawn und warten auf mich. Alter, fickt euch ins Knie! Am... Ist schon... Alter, ich geh doch jetzt nicht da runter, was ist... Wie unfair ist das denn? Ja, du hast doch einen Boden, oder? Ach, stimmt. Meinst du, ich kann nicht wechseln, necken von hier oben? Warte mal, ich brauch... Ich brauch... Ich brauch nen Fluchtweg, warte mal. Ich glaub vielleicht... Wenn die die hinterherrennen, dann ist jeder Fluchtweg, äh... Oder du sprichst einfach irgendwo runter, ne? Hops, dass die dann sind... Du... Haben die mich schon gesehen? Alter, das sind so Bobs, ey! Solche Lappen, ey! Das sind ja immer die richtigen... Ich mein, gut, wir hätten das wahrscheinlich auch so gemacht zum Schluss. Vor allem unfair auch, ey! Doll! Haben die mich gesehen? Wo sind sie hin? Hilfe! Brazy, warte mal, wie heißt denn der Typ, ja, diese eine komische Crazy LP.